Die Expresszeitung für den Januar 2016 sollte jetzt bei den Abonnenten angekommen sein. Diesmal mit einem ganz besonderen Special über ein Thema, das in der Form, wie wir es gemacht haben, eher selten behandelt wird. Das heißt, man spricht gerne über die Symptome dieses Themas, wie Gender Mainstreaming, Political Correctness, Verfall der Sitten und so weiter, aber arbeitet zu selten heraus, aus welchem Gedankengut diese Symptome eigentlich entspringen. Wir gehen in dieser Ausgabe auf 25 Seiten dem Ursprung dieser Phänomene nach und erklären genau, welche Ideologie dahinter steckt und welche Personen sich diese Ideologie erdacht haben. Es geht um den gerne verwendeten Begriff Kulturmarxismus und die Frankfurter Schule, die die Ideen des Kommunismus für die westliche Gesellschaft in Nachkriegseuropa wiederbelebt hat, allerdings in komplett veränderter Form. In der Ausgabe gehen wir wirklich an die Wurzel der Probleme der heutigen Gesellschaft und beleuchten sowohl die Geschichte, das Gedankengebäude, als auch die Folgen des Kulturmarxismus. Für jeden Leser ist das essentielles Wissen, das zuvor in dieser Form nur selten herausgearbeitet wurde. Wir haben eben nicht nur einen Artikel darüber verfasst, sondern die Grundzüge des Kulturmarxismus mit einem roten Faden auf 25 Seiten erklärt, fast wie ein kurzes Buch. Danach sollte jedem klar sein, auf welche Ursprünge der Zerfall der heutigen Gesellschaft zurückgeht. Dazu noch ein Artikel über den geplanten Angriff auf Pearl Harbor, ein kritischer Artikel über Darwins Evolutionstheorie, den IWF und die Digitalisierung der modernen Welt. Wer jetzt abonniert, kriegt bei der ersten Lieferung normalerweise gleich mehrere Expresszeitungen geschickt. Ich kann es nicht 100% versprechen, aber wir legen normalerweise mehrere Ausgaben bei, die man an sein Umfeld verschenken kann. Also klickt auf den Link unter meinem Video und abonniert die Expresszeitung, um meine Arbeit zu unterstützen. Danke!